Ausstellung über Kriegsgefangene in Bad Langensalza. Der Verein Spuren e.V. beleuchtet das Schicksal von Deutschen. Sie waren mit dem Kriegsende in Lager in den USA gebracht worden. Angehörige steuerten persönliche Gegenstände von Soldaten bei. Hinter dem Projekt stehen zwei Historiker, die an der Universität Erfurt lehren. Die Dauerausstellung soll weiter ergänzt werden.